Alle möglichen Tipps und Tricks. Also wir werden wirklich aus dem Nähkästchen auch plaudern. Und wenn jemand ganz spezielle Fragen hat, dann kann man auch mal sagen, komm, wir gehen mal kurz da hinten hin und dann reden wir mal unter vier Augen und ich beantworte dir deine speziellen Fragen. Willkommen hier bei mir bei PSK Garage im schönen Westerwald. Winterlich ist es, sehr, sehr viel Schnee die letzten Tage. Ich war jeden Tag zwei bis drei Mal draußen Schneeschäppen, aber so ist das schon mal im Winter. Ja, damit die Wege hier frei bleiben können und ihr auch hier in die Halle reinfahren könnt. Ja, hat aber alles gut funktioniert. Wir machen eine Sache, die machen wir zum ersten Mal in acht Jahren. Und zwar wurde ich in den acht Jahren immer wieder gefragt, bietest du auch Kurse, Schulungen, Seminare, wie auch immer ihr das nennen wollt, an? Habe ich jetzt acht Jahre lang nicht gemacht. Jetzt habe ich mir letztens mal ein paar Gedanken gemacht und habe gesagt, komm, wir machen mal eine spontane Aktion. Wir bieten mal für die, die Bock haben, einen Detailing-Workshop an. Prompt habe ich das gemacht und der Termin am 17. Februar war innerhalb von 24 Stunden ausgebucht. Natürlich nur mit ganz wenigen Leuten. Ja, eine ganz, ganz kleine Gruppe, damit wir auf jeden auch individuell eingehen können. Und da müssen ja auch ein paar Sachen organisiert werden. Das heißt, wir wollen ja jetzt keine Motorhaube hier hinstellen, wie das oftmals gemacht wird. Denn das bringt uns nichts. Wir wollen ja richtig polieren und richtig Praxis Vollgas machen. Und deswegen habe ich ein Auto organisiert, was knapp 200.000 Kilometer nur Waschanlage auf der Uhr hat, nie richtig gepflegt wurde. In schwarz natürlich. Und damit wir auch was machen können. Und dieser Workshop beinhaltet polieren und keramisch versiegeln. Die ein oder andere Überraschung gibt es auch noch. Und da dieser Kurs aber so schnell ausgebucht war, habe ich mir jetzt gedacht, komm, wir machen einen Tag später, am Sonntag, den 18. Februar, nochmal den gleichen Kurs. Da können sich dann auch noch mal ein paar Leute anmelden. Könnt ihr machen hier unter info.atps-k-garage.de. Einfach eine E-Mail schreiben mit Anmeldung und eure Rechnungsanschrift reinschreiben. Wenn der dann nicht schon ausgebucht ist, dann kriegt ihr dann die Bestätigung. Ansonsten bekommt ihr von mir eine Rückantwort, dass der Kurs halt ausgebucht ist. Ja, also am 18. Februar am Sonntag, da hat in der Regel jeder auch Zeit. Wir arbeiten ja auch hier oft Sonntags oder ich arbeite oft Sonntags hier gleich auch wieder. Samstags wird sowieso immer gearbeitet, aber ich mache mir den Tag dann frei, indem ich dann die Woche vorher einfach mehr Gas gebe oder mal eine Nachtschicht einbaue, wie auch immer. Und dann nehme ich mir da die Zeit für euch. Der Kurs richtet sich an Privatleute als auch an Aufbereiterfirmen oder die, die es werden wollen, wie auch immer. Das spielt keine Rolle. Ihr lernt ja dann hier zu polieren nach unserem System sozusagen. Ihr kriegt alle möglichen Tipps und Tricks. Also wir werden wirklich aus dem Nähkästchen auch plaudern. Und wenn jemand ganz spezielle Fragen hat, dann kann man auch mal sagen, komm, wir gehen mal kurz da hinten hin und dann reden wir mal unter vier Augen und ich beantworte dir deine speziellen Fragen. Ansonsten, wir sind ja eine ganz, ganz kleine Gruppe. Ihr bestimmt, was wir machen, ob wir jetzt die Haube dann an dem Auto polieren, eine untere Seite oder eine Heckstürze oder beides. Wir können alles machen mit dem Auto. Ist natürlich kein Kundenfahrzeug, ist ein Auto aus dem Freundeskreis. So, von daher wird das eine sehr, sehr coole Nummer. Reine Praxis, also ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass ich jetzt hier irgendeinen Flipchart aufbaue. Würde es nicht geben. Natürlich ein bisschen Theorie, klar gehört dazu. Aber im Grunde geht es darum, womit ihr auch euer Geld verdienen könnt. Nämlich Vollgas, Praxis und ein bisschen BWL, ein bisschen Marketing. Wie gewinnt man Kunden, die auch bereit sind, zum Beispiel für ein Detail-Geld auszugeben und so weiter. Wie gewinnt man die? Da werden wir überall drüber reden. Ja, das bestimmt ihr so ein bisschen mit. Ihr stellt die Fragen und wir machen auf jeden Fall auch hier die Praxis dann überwiegend. Denn das ist das Entscheidende, womit ihr ja später dann oder womit ihr Geld verdient. Und das Coole ist an so einem Workshop, es entsteht sicherlich auch eine schöne Gruppendynamik. Denn Leute, die samstags und vor allem sonntags an so einem Workshop teilnehmen, die haben ja auch ein gewisses Mindset. Die wollen was erreichen im Leben, die wollen halt Gas geben. Und dann entsteht auch eine Gruppendynamik. Das bedeutet, natürlich erzähle ich viel oder zeige viel. Aber ihr habt ja dann auch entsprechende Erfahrungswerte. Gerade wenn Aufbereiter dabei sind, bedeutet, ich kann natürlich auch von euch lernen. Das ist der Vorteil für mich. Ich lerne kostenlos von euch. Und so ist das so eine Win-Win-Situation. Denn jeder hat ja so seine speziellen Vorlieben, Produkte, Arbeitsweise. Ich zeige euch meine Produkte, die ich verwende. Wie ihr zum Beispiel Schwarz-Uni kratzerfrei safe entfetten könnt. Alle so Kleinigkeiten werden wir natürlich dann hier machen. Und ja, nichtsdestotrotz werdet ihr mir auch eure Erfahrungen mitteilen. Und somit lerne ich auch dazu. Im Endeffekt ist es immer so, Wissen ist das teuerste Gut und das beste Gut. Das heißt, wenn man nur eine ganz kleine Kleinigkeit aus so einem Kurs mitnimmt. Oder wenn ich nur eine Kleinigkeit mitnehme. Dann war das für mich schon ein erfolgreicher Tag. Und für euch genauso. Denn man lernt nie aus. Und das ist halt einfach eine coole Sache, wenn man die Chance hat, was zu lernen. Und dann, vor allem dann hier in unserer schönen neuen Halle. Und wird eine coole Nummer. Ich freue mich schon mal auf alle Teilnehmer, die für den 17.2. gebucht haben. Wie gesagt, der Kurs ist ausgebucht. Deswegen gibt es noch einen neuen Kurs am 18.2. an dem Sonntag. Ja, wird ungefähr sechs Stunden gehen. Details habe ich jetzt wahrscheinlich im Video eingeblendet. Könnt ihr sonst auch auf unserer Facebook-Seite dem Event entnehmen. Oder halt in den Instagram-Stories. So, jetzt sind wir hier angekommen in der Waschhalle. Ihr seht, ich habe meine wasserdichten Wanderschuhe parat. Und jetzt werden wir hier den schönen, markanten GTS vorbereiten. Zufälligerweise ist heute auch Sonntag. Den waschen wir jetzt schön. Und dann bekommt ihr auch ein Full-Detailing. Nämlich auch Steinschlagschutzfolie und natürlich Keramikversiegelung. Vorher müssen wir erstmal den schwarzen Lack hier kratzerfrei kriegen. Der sieht nämlich nicht ganz so schön aus. Obwohl Neuwagen ist, aber war scheinbar mal in der Waschstraße beim Werk. Man weiß es nicht. Ist auch egal. Also meldet euch an für den 18.2. Wenn ihr noch Bock habt, dann bekommt ihr, wenn ihr euch angemeldet habt, eine Info, ob da jetzt noch ein Platz frei ist oder nicht. Wie gesagt, ist stark begrenzte Teilnehmerzahl. Ich freue mich auf jeden Fall. Wird ein richtig cooler Tag. Auch der 17. wird ein mega cooler Tag. Gibt auch immer noch eine Überraschung, die ich mir überlegt habe. Und ja, damit wisst ihr Bescheid. Vielen Dank für Zugucken. Euch weiterhin auch einen erfolgreichen Sonder. Eine gute Woche. Und vielleicht sehen wir uns hier dann am 17. oder halt am 18.2. Haut rein. Ciao.